Haben Sie es satt, Ihren Urlaub im Hotel zu verbringen? Oder das Zimmermädchen sieht zu früh weg, damit es Ihr Zimmer sauber machen kann? Wo Sie nicht ausschlafen können, weil Sie sonst das Frühstück verpassen, das nur bis 9 Uhr serviert wird? Und der Pool ist überfüllt mit Leuten und manchmal sogar mit ein paar Hunden? Und wenn das Wetter mal schlecht ist, müssen Sie mit Ihrer Familie im engen Zimmer die Zeit totschlagen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in den Ferien mal richtig entspannen. Dazu ist die Urlaub ja schließlich da, damit Sie sich so richtig gut erholen können. Mit unseren Ferienhäusern und Wohnungen können Sie ganz nach Ihren eigenen Wünschen anreisen. Bei der Ankunft übergibt Ihnen einer unserer kompetenten und freundlichen Schlüsselhalter Ihren Schlüssel. Dann erklärt er Ihnen auch genau, wie Sie zu Ihrem Ferienhaus oder Ihrer Ferienwohnung hinkommen. Sie richten sich ein und staunen über die vielen Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel die voll ausgestattete Küche, das Wohnzimmer, Schlafzimmer und je nachdem, was Sie gebucht haben, den eigenen Privatpool oder Garten. Morgens schlafen Sie in Ruhe aus, solange Sie wollen, denn Sie haben hier einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine und einen Esstisch, damit Ihre ganze Familie das Frühstück in Ruhe genießen kann. Haben Sie einen Pool gebucht? Der ist rund um die Uhr für Sie geöffnet. Oder vielleicht ein Chalet in den Bergen? Genießen Sie die Aussicht auf die Berge und Täler. Sollte es mal regnen, dann lädt das Wohnzimmer zum Spielen ein oder man schaut sich gemeinsam einen Film an. Sie wollten schon lange einmal ein neues Rezept ausprobieren? In der Küche finden Sie alles, um Ihre Familie fein zu bekochen. In einigen unserer Destinationen befinden sich zudem Inter-Home-Service-Büros vor Ort. Da können Sie jederzeit vorbeigehen oder anrufen, wenn Sie ein Anliegen haben. Ihr Bügeleisen geht nicht? Kein Problem, wir bringen Ihnen gerne ein neues. Oder Sie haben einen Hochstuhl für Ihren Kleinen vergessen? Wir haben einen auf Lager, den wir Ihnen gerne kostengünstig ausleihen. Auch erhalten Sie bei unseren Service-Büros Informationen zu lokalen Events, Fahrscheinen, Restaurants, Ausflugszielen und vieles mehr. Wollen Sie sich in Ihrem nächsten Urlaub endlich einmal so richtig entspannen? Dann mieten Sie eine unserer über 33.000 Ferienunterkünfte weltweit. Ob Skifahren in den Bergen, Faulenzen am Strand oder das Erkunden von Städten wie Paris, London oder New York. Wir haben genau das Richtige für Sie. Buchen ist ganz einfach in vielen Reisebüros. Oder Sie besuchen dazu unsere Webseite unter www.interhome.ch und finden dort Ihre Traumunterkunft. Wählen Sie zum Beispiel nach Anzahl Sternen, Ortschaften, Ausstattung, Anzahl Betten und vielem mehr. Bei einigen unserer Ferienwohnungen und Häuser dürfen Sie sogar Ihren vierbeinigen Liebling mitbringen. Bei uns können Sie auch jederzeit telefonisch buchen und mit jeder Zeit meinen wir täglich, rund um die Uhr. Unsere freundlichen Urlaubsberater sprechen natürlich auch Deutsch und helfen Ihnen sehr gerne genau Ihr Wunschdomizil zu finden. Sie sind übrigens auch für alle Fragen vor, während und nach Ihren Ferien für Sie da. Interhome, Ihr Experte für Ferienhäuser und Wohnungen weltweit.